BAM! BAM! Extreme Killing! Mach doch alle! Mach sie alle! Drei, zwei, eins, drei, zwei, eins! BAM! Oh! Ja! Extreme Killing! Totals durchdrehen! Kompass! Ja! Kompass! Jetzt siehst du! Neu, 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 neu! Ein akustisches Signal, das hör ich nicht! Du hast keinen Ton vom Spielern, oder? Nein! Boom! Pfff! Nein, nein, nein! Nein, nein! BAM! Extreme Killing! So! Nein! Zwei Schlüsse! Hast du, brauchst du irgendwie... Wo musst du jetzt hin? Ich weiß es nicht! Jetzt muss ich erstmal die Viecher wieder töten! Speed! 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 Speed Killing! BAM! Drei! BAM! Was hat dir das jetzt gebracht, die Viecher ganz hinten im Raum zu killen? Welche? Die hier? Die in dem Raum waren? Ja, und dann noch einen weiter! Äh, nichts! Ich hab den Raum noch frei gemacht, damit ich ja in Ruhe sprengen konnte! Achso! Achso! BAM! Ich seh da irgendwie... Nee! Okay! Und du hast wieder einen Teil der Macht erhalten! Ja! Eins! Die Macht sei mit dir! Zwei Schlüsse brauch ich noch! Weil er scheuert! Nein! Nicht die schon wieder! Stirb! BAM! Extreme Killing! Schlüssel Nummer 3! Wie schön schnell das mit den Pegasus Stiefeln geht! Ach! Das lustige ist, ich benutze ja grad noch nicht mal die Pegasus Stiefel! Die muss ich ja immer wieder neu anlegen! Der läuft jetzt nicht so schnell, weil er das Teil der Macht hat! Zurück! Zurück! Ja gut, weil... Ich seh das irgendwie, weil es total leckt bei mir! Deswegen kann es sein, dass es manchmal einfach ein bisschen... Zeitversetzt ist, das was ich sage, zu dem Geschehen was ist! Das kann ich nicht abschätzen! Was für ein behämmter Satz war das denn jetzt? Das war Sonic Look und da ist... Was ist das? Sind das Bomben? Kriegst du da Bomben für? Ja! Fliegende Bomben! BAM! Und du hast wieder 10 Stück! Und wir können wieder Bomben! Du! Kannst wieder Bomben! Du 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 du! Du hast eine Karte! Die ist grad auf meinem Monitor rumgelaufen, ne? Die ist so fast drauf zerschlagen und dann hätte ich so einen ekligen Fleck drauf gehabt! Die ist doch lecker! Magst du sowas nicht? Naja, nicht wirklich! Das ist nicht so mein Ding jetzt! Jaaaa! Ähm! Jaaaa! Jaaaa! Fake Stream Fail! Jaaaa! 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 Und dann den letzten Schlüssel! Lässt sich fast jedes Schloss öffnen! Dann hab ich jetzt alle Schlüssel, ne? Jep! Jep 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 jep! Jaaaa! Jaaaa! Haaaaaah! STIRBT! Ah, jetzt schreibt mich meine Ex-Freundin an. Was will die, was will die, was will die? Bock auf Sex? Nein! Nein, nicht mehr! Äh... Nee, es äh... Hat mich gefragt, wie ich ihre Videos finde. Hm, die stript die Videos? Ja! 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 Strip-tea! Freust dich schon auf deine fünf Wahrheiten, die du bald sagen musst? Was für Wahrheiten? Ich hab keine Wahrheiten. Du hast alle... Ist das ein Whomp? Ey, das sieht aus wie ein Whomp von Mario. Hey! Zelda klaut nur... Ja, natürlich! Piranha-Pflanze! Zelda klaut nur! Zelda ist ein... Boah! Natürlich! Nooo! Extreme Killing! Das ist aber ein seltsamer Stein. Stirb! Bäm! Stirb! Bäm! Stirb! Bäm! Jetzt kommen wir zum Boss! Big Boss! Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen! Hihihi! Wollen wir mal gucken, wo er ist! Bäm! Da ist er! Hau hin! Hau hin! Hau hin! Hau hin! Hau diese Augen! Aua! Hallo! So sehe ich aus, wenn ich 23 Stunden wach gewesen bin. Mit diesen beiden Augen. So guck ich dann. Und geteilt! Bäm! 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 Kannst du nicht irgendeine Bomben kaputt machen, oder...? Nö, das war's auch schon. Oh! Herzcontainer! Und es geht weiter. Ein Glöckchen! Ein Engelsglöckchen. Das nächste Glöckchen! Du hast das nächste Glöckchen. Erhalten. Oh, das Erhalten habe ich nicht mehr gelesen. Das habe ich auch weggedrückt. Cool! So, wir haben viel geschafft jetzt hier, auch von den Tauschgeschäften her. Ja. Wasserfall. Wasserfall. Nein, das ist eine Frage. Das Uhu ist eine Frage. Also bitte am Ende mit der Stimme hochgehen. Uhu! Hahaha, du Scheiße! Ich kann das nicht so gut, mach du das doch mal! Uhu! Hahaha, das klingt... Uhu! Das klingt... Das klingt... Das klingt doch besser. Wird wie viele nicht auseinander geschrieben? Äh, ich glaube nach der neuen Rechtschreibung ja, aber nach der alten nicht. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle acht gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kukulint wieder verlassen kannst. Gehe nun zur Durstwüste! Die schwarzen, monströsen Einwohner der Wüste werden dir den Weg weisen. Ich sage nur... Uhu! Ich hasse diesen Uhu! So, dann danke ich dir für's mitmachen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Immer wieder gerne. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn's heißt... Let's commentate together Zelda Link's Awakening oder Megaman X2. Das hab ich heute auch aufgenommen und ein Megafail mit Paddy hingelegt. Drei Bosslevel, dreimal Game Over und nur zweimal ein Boss gesehen. So, bis dann, tschüss! Let's fail Megaman! Bier! Let's fail Megaman! Du! Bier! Bier! 1 4